Alle Jahre wieder, im Frühjahr, feiern meine Schüler und ich unser Akkordeonfest. In den letzten Jahren ist es schon richtig Tradition geworden, dass das in der Brotfabrik in der Weißenseeer Spitze stattfindet. Draußen hatten wir diesmal ein super Wetter und eine Stunde bevor die eigentliche Musik losging, hast du schon in allen Ecken Musiker und Musikerinnen gesehen, die sich schnell nochmal einspielen und vorbereiten. An diesem Frühjahrstag, am 1. April 2017, war ja draußen das Wetter wunderbar. Einige haben sich dann auch draußen noch warm gespielt und vorbereitet. Eigentlich war es dann richtig schade reinzugehen, aber drinnen ging dann halt natürlich das Programm los. Damit wir den Raum schon mal ein bisschen mit Flägen aufhören. Lass sie ruhig in der Weile, bis sie die letzten Ecken des Jahres reisen. Und lasst sie von der Weile wieder. Und wieder die Maske aufhören. Und die nächste Strophe. Und wieder die Maske aufhören. Das war's. 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 Das war's.